Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Wuppertal SV, Regionalliga West, 2022-2023, 26 Spieltag, SV Lieberstedt 08 gegen Wuppertal SV, Ergebnis 1 zu 3. Startelf, SV Lieberstedt 08, Plakankenhof, Ufk, Alimero, Heisebold, Habauer, Müller, El Tabak, El Topkamp, Lee, Bayer, Mater, Mika, Traurig, Startelf von Wuppertal SV, Bratler, Schweres, Salau, Pal, Pat, Lieg, Hanke, Platzi, Müller, Mutig, Deming, Müller, Hakaimian, das war's von SV Lieberstedt 08 gegen Wuppertal SV, 21 Uhr 21.